So, ich heiße euch herzlich willkommen mal zu einem ganz anderen Video, nämlich wie ihr bei der FIFA 14 Demo die Spielzeit verlängern könnt. Auf dieser Seite, Link in der Beschreibung, könnt ihr euch diese Datei herunterladen. Hier, und hier seht ihr auch schon wie viele das sich gedownloadet haben, 1164 Leute. Und ich habe es mir auch schon gedownloadet und das ist wirklich so, eine Halbzeit geht dann hier, auch wie hier schon beschrieben, 6 Minuten. Und da bekommt man dann halt noch einen besseren Eindruck. Und ja, das war es dann eigentlich schon. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Dann könnt ihr nämlich länger FIFA 14 spielen. Und ja, dann sehen wir uns. Im nächsten Video wieder, also bis denner.